Da bin ich dran. Heute Donnerstag. Heute Burpee-Tag. Ich würde den Burpee einmal vormachen. Wir haben ja jetzt schon gepenkt, gesquattet und gecruncht. Und jetzt machen wir Burpees. Da könnt ihr mal mit jedem raushauen. Okay? Ich mache den Burpee einmal vor. Wann seid ihr? Und zwar legt ihr erst die Hände aus dem Boden. Nicht springen. Jetzt geht ihr zurück. Legt euch hin. Hebt die Hände an. Kommt nach oben. Hopp und geht nach oben. So sieht ein Burpee aus. Die macht ihr noch einmal vor. Runter. Hände aus dem Boden. Zurück. Halten. Ablegen. Hände hoch. Hochkommen. In die Liegestütze. Gerade bleiben. Beide Beine hängen nach oben. Noch einmal. Wir können natürlich auch, wer das nicht kann, bleibt auf dem Knie. Kann nicht hier den Knie hochdrücken. Nach oben kommen. Jawohl. Und jetzt. Level eins. Zehn Burpees. Level zwei. Zwanzig. Level drei. Vierzig. A drei Sätze. Ich bin mal gespannt, wer dreimal vierzig Burpees hier bekommt. Und dann ist man schon echt ein Knall. Also viel Spaß dabei. Ich bin mal gespannt, wer."